No Pace I've ever been Eyo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Road to Apple G-Kid Ich spiele mal wieder auf Village, weil im Moment einfach keine König einer guten Runden frei sind Mit dabei, also nicht mit am zocken, aber TeamSpeak ist der Ja, aber nämlich mit mir eine Rolle Der ist Sebastian, ehemalig PrinzalPay und MC WhatsApp Aber den nutzt er auch nicht, also nicht YouTube gemacht Doch, den benutze ich, aber ich glaube nicht so Ja, das meine ich, ja Aha, wie ein gutes Equip, ey Lustig, Mensch, heute schon unterwegs, gell? Ja, richtig lustig Als hätt so ein Clown gefrühstückt Das ist voll brutal, Bruder Okay, wir haben Flash Coins 26.021 Coins Zu irgendwelchen, irgendwelchen will ich jetzt John Seaman Da ich das letzte Mal verkackt habe Ja, wir haben ja kurz das ausgetimt Ja, das weiß ich Läuft Oh, fack doch nicht ab jetzt Meine Fresse Mann Ach komm schon G Meine Freund Oh, das war nur ein G G Boah, das war Das war ne awesome Aktion, ey Hast du gekillt oder was gewonnen? Den hab ich grad gekillt, das war richtig awesome Gucken wir das Video einfach an Ja Richtig nice Mach ich nicht Einfach nur, weil du's gesagt hast gerade Ja Du hasst mich Okay Ja Okay Du hast es erfasst Ja, ich erfasse so einiges Was hab ich denn noch? Gucken Bist du Detektiv erfasst Nein Das ist Fuck, ich bin down Shit, da kam ein Bixer Huuu Ich hab beleidigen jetzt nicht Lukas, beruhig dich Schirmatana, ne? Poreiii Okay, bis zur nächsten Runde So, und da sind wir in der nächsten Runde Auf dem You measure entered your channel Hi! Oh, da ist der Kotze zurück Schöne jetzt mal Bitte jetzt Dankeschön Danke Der ist eh am Aufräumen Der hörten sie eh Wollte jetzt nicht quatschen Quatsch Quatschen, genau Alter, mein Deutsch ist auch wieder so kaputt, ey Scheiß Schuh heute Oh, Alter, was hab ich nen Moment für Grip Was geht ab? Shish Ey, das geht ab Ey, ich war gestern Keiner was rum, Bruder Du weißt, ich war gestern noch so mit Laune, gell? Ich auch, Junge Ich hab gestern so Ich hab so'n Kater gesungen Ich hatte gestern so'n fucking Kater in der Schule Das war so schlimm Ey, ich hab über jede Scheiße gelacht Ich hab wirklich mich über alles kaputt gelacht, weil ich so kaputt war Fuck, hab ich mich jetzt dumm eingestellt hier von der Runde Aber jetzt sind wir wieder auf unserer Lieblicks mehr Irgendwie die immer spiel ich In letzter Zeit ist es Skyland Keine Ahnung Ich will auch mal Abwechslung machen, aber ich hab keinen Bock auf 2er Maps Auch bei den anderen Maps gibt's ja nach einer Zeit nicht mehr so viele So, jetzt bin wir auf der Map Windmill Ah, jetzt kommt das Boss-Equip mal wieder zurück Okay, ich übertreib mich mit Boss-Equip Okay, ganz übertrieben ist jetzt auch nicht Wie ich hier grad wieder festgestellt habe So, ich bin schon mal Full Iron Ich spare meine Diaz Okay, der ist gut gekippt Der baut sich einfach noch ganz oben Halt Maul Schon wieder so eine Runde, wo so behinderte Typen rumrennen Machst du kein normales Video oder was? Ja, ich mach das Video Ja, ich mach das Video Das war wieder so und ich sehe gerade sehr viel Oder schnellst du die ganze Zeit Ich schneide immer Der erste Kill Oh, jetzt werde ich schon abgestoppt Du Rennsson Ah Ey, ich bin raus Ich geb Hüssen Hals Maul, tschau So, jetzt wird mal wieder Zeit Ey, Leute zu ragen Was ist los? Ich krieg keine verfickten Kill Kill Kill, genau Mein deutsch ist so brutal kaputt Mein Kopf ist kaputt Scheissschule heute, ey Also noch mehr kaputt als sonst Nur um euch Bescheid zu sagen Nicht, dass ihr jetzt 100 Ich stehe noch bekloppt als sonst Dass ihr denkt Der wäre ja mal normal im Kopf Aber Nö Ah, alles klar Was soll ich sagen? Ich hab keine Blöcke gehört Also werde ich jetzt versuchen zu John Cena Ah, was soll ich sagen heute? Heute? Die ersten zwei Stunden bei mir Die haben sich gezogen Wie Gummi Die zweite Stunde war zur Hälfte vorbei Hab ich gedacht John Cena John Cena Wuhuu Shit Bam Sorry, ich hab den unterbrochen Ich hab grad den meinen neighbor John Cena Jawohl Ich hab keine Blöcke mehr Ich hab keine Blöcke mehr Ich hab keine fucking Blöcke mehr Ich hab grad mit den Tee war der gebaut, ey Und das Name ist John true John Cena ATE SNEV Nächster KEY Ich bin jetzt einfach zu leise grad wenn ich am fighten bin. Du kannst mal die Fresse halten. Sehr, sehr freundlich von dir, danke. Könnte ich auch nichts machen. Kann man machen, du kommst dafür vorbei. User in your channel timed out. Halt die Fresse jetzt mal. Ernsthaft jetzt. Hab ich dir schon mal gesagt, dass mein Penis und Mensch ist groß? G, G, nächster Kill. Boah, schon wieder ein G. Ey, was ist heute los? Oh, ich bin ja voll D.F., merke ich gerade erst. Was hast du gerade von meinem Penis erzählt, dass er endlich groß ist? Ja, das hast du doch schon gespürt. Hashtag BadLady. Was? User left your channel. Nein! Jetzt bin ich alleine. Scheiße. Nein, Leute, das war nur Spaß. Sebi, komm wieder. User joined your channel. Ich hab schon aufgeklärt, dass es nur Spaß war. Auch wenn du bei der BadLady warst. In Paris. Ach, du Scheiße, Mann. Ich zerstelle gerade das Ganze aus, Mann. Ey, ich hab hier gerade... Nö, 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 nö. Weißt du, was ich gerade die ganze Zeit gemacht habe? Das alles für einen Spaß. Dein Zuschauer bist das schon. Geek, Geek, next kill. Bam, rasier ich den. Boah, ist hier irgendwo ein scheiß Anvil. Der oben ist Anvil. Danke. Entweder lass ich... Ich lass die Scheiße so. Okay, jetzt hab ich ein... Richtig altes Schwert, ey. Sharpness 2 und Knockback 1. Gut. Ach, nö, es passt schon wieder nicht, gell. Ich muss die ganze Wand nicht noch mal abbreißen. Mhhh? Uuuuuuuuuuuuuu... F***, ne neis, erst der Urus. Aber ich habe vier Kills. Sorry. Ich bin... Ich bin grad... Meine... DJ Anderson... H... 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 M... F***, was ist denn los? Ey. Ich hab so scheiße gerade gespielt. Ey, das ist nicht mein Ernst. Das ist mein fucking Ernst, ey. Du hast nicht noch gerade scheiße gespielt, Lukas. Ich bin die ganze Zeit schon scheiße. Ja, du stinkst einfach nach... Äh... Schokoladenbrühe, nach Hühnersuppe. Wann sag ich dir das? Zebatsch, jetzt Maus, halt mal deine Fräse, ey. Alter, mach das nicht ins Video rein. Warum? Ich weiß nicht. Ich wollte es einfach nur nochmal sagen heute. Alles klar. Halt dein Maul. Hab ich das gerade nicht gesagt? Ja, es hat gerade gesagt. Oh shit. Alter, nicht gesagt. Weißt du, was ich mir eben angeguckt hab? Ja. Ein Video. Eins der ersten Videos von... Äh, dener. Oder das erste Video. First Kill. Was? Zweiter Kill! Bam! Hab ich gerade paniert, Leute. G-Anderson. Boah, jetzt hab ich auch schon wieder mit dem G-Anderson an, ey. Okay. Auch Müll, es passt schon dir nicht. Ötland wird jetzt auch langsam. Ah, ne, hier hab ich das ja gar nicht. Ich hab noch ein Geppel. Oh, geil. Ich hab schon wieder verbaut, ne? Ja, krieg ich nicht. Kindalkrebs. Kennst du das? Nee, ich hab noch Kindalkrebs. Nee, ich hab noch Kindalkrebs. Alles klar, hat der jetzt nicht schon wieder gesagt. Hat er nicht gesagt. Oh, doch. Was? Mach mal was? Mach mal was. Mach mal was. Was? 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 Okay. Leute, das war's mit dem Video. Wir haben Gesamtcoins. 800 Coins gemacht. Geht besser. Aber mein Hirn ist heute so matsch und es tut mir leid. Dann benutze ich Gehirn und Matsch. Das ist so. Alter, halt dein Maul. So, dass ich so abgerutscht bin ey. Mann, ich weiß nicht, was heute los war ey. Aber ich hab noch Mühe gekippen. So, macht's gut. Haut rein. Und ciao, ihr Menschen, Boys & Girls. Pew!